Hey, willkommen! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Florian Eisermann und heute geht es darum, dass es vollkommen egal ist, welche Kamera ich habe. Florian, welche Kamera hast du? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage höre oder lese in Kommentaren, in E-Mails oder eine Frage wie, hast du die und die Kamera? Was ist mit der und der Kamera? Hast du die ausprobiert? Wie findest du die Kamera? Hast du die probiert? Mach die gute Bilder. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, was ich für Kameras habe. Ich fotografiere einfach mit Nikons und habe noch eine Fuji für so unterwegs. Aber das war es. Und ich habe jetzt nicht Panasonic, Sony kennen, Pentax, Olympus. Olympus hatte ich mal, aber ansonsten, ich habe keine andere. Und ich kann leider auch nicht dazu sagen, ob die jetzt gut sind oder nicht. Und um ehrlich zu sein, mit Sicherheit sind die gut, weil es sind alle Kameras gut, die es auf dem Markt gibt. Also selbst jedes Einsteigermodell von Nikon kennen oder so, die sind alle richtig gut, die Spiegelreflex- oder Systemkameras. Und die machen alle Top-Bilder. Und es kommt im Endeffekt echt nur darauf an, was deine Anforderungen sind. Und ich kann das nicht für dich entscheiden. Also ich denke mal, man sollte oder du solltest, wenn du überlegst, eine Kamera zu kaufen, dir erstmal aufschreiben, welche Anforderungen du an eine Kamera hast. Soll die zum Beispiel klein und leicht sein? Oder soll die 4K-Video können? Oder, keine Ahnung, soll die wasserdicht sein? Keine Ahnung. Also alle möglichen Anforderungen. Videos so generell filmen können oder keine Videos filmen können. Also diese Anforderungen, was für dich wichtig ist, was du unbedingt bei einer Kamera brauchst, solltest du vielleicht mal auflisten. Und dann gucken, welche Kamera denn für dich die richtige ist. Weil ich kann natürlich sagen, ich benutze eine Nikon D57, die mich gerade filmt. Aber viele sagen, die finden die scheiße. Keine Ahnung, weil die denen zu klein ist. Oder weil die keine 1.8000-Zilverschlusszeit hat. Oder, oder, oder. Also, keine Ahnung. Auch kein 4K. Oh Mist, ja. Ist halt eine Fotokamera, ne? Also, das kann man halt, kann ich nicht sagen, was gut ist für dich. Das musst du für dich selber herausfinden. Ich kann dir nur erklären oder erzählen, was ich für Kameras habe und warum ich die habe. Und vielleicht deckt sich das auch mit deinen Anforderungen. Dann ist es ja cool. Dann kannst du meine Tipps vielleicht annehmen oder mal drüber nachdenken. Aber ich versuche halt, wenn ich über Kameras oder Technik spreche, immer auch mitzugeben, warum das für mich wichtig ist oder interessant ist. Wie genauso mit dem Review zur Fuji Kamera, zu der X100T. Es ist halt eine kleine Kompaktkamera mit einer Festbrennweite. Das habe ich im Video gesagt. Das ist nicht für jeden. Und das empfehle ich auch nicht jedem. Und trotzdem kommen dann natürlich Fragen. Empfehlst du mir die oder die? Nein, jein, ja, vielleicht, keine Ahnung. Also, wie gesagt, das muss halt für dich, musst du selber leider entscheiden. Ich kann das nicht für dich machen. Und deswegen ist es vollkommen egal, leider, welche Kamera ich benutze. Es kommt darauf an, welche Kamera du benutzen möchtest und was deine Anforderungen sind. Aber, wenn dir beim Fotografieren mal die Ideen ausgehen, da kann ich dir sehr gerne helfen. Und zwar habe ich ein E-Paper für dich mit fünf Fotoideen vorbereitet, die du direkt umsetzen kannst. Das schicke ich dir direkt zu. Der Link ist unten. Und die kannst du bei jedem Wetter umsetzen, diese Ideen. Also, lad dir das E-Paper mal runter und experimentier mal ein bisschen mit diesen Ideen. Ja, und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und es wäre auch super cool, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst oder meine Facebook-Seite likest oder beides. Dann verpasst du auf jeden Fall kein neues Video mehr. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.